Lieber Zoomer, liebe Zoomerin, wenn du deine Zoom-Meetings oder auch Zoom-Webinare einem breiteren Publikum außerhalb von Zoom zugänglich machen möchtest, dann geht das sehr einfach, denn du kannst sie entweder auf YouTube oder auf Facebook live streamen. Wie du das machst, erfährst du gleich nach dem Intro. Normalerweise ist es ja gerade der Charme von Zoom-Meetings und Zoom-Webinaren, dass man einen guten Überblick und eine gute Kontrolle über die Teilnehmer hat. Aber es gibt vielleicht auch Fälle, wo dir die Kontrolle oder die Interaktion miteinander weniger wichtig ist, als möglichst viele Teilnehmer in den Genuss deiner Zoom-Veranstaltung kommen zu lassen. Und für diese Fälle ermöglicht Zoom auch das Livestreamen deiner Meetings. Und zwar geht das mit den Funktionen, die Zoom zur Verfügung stellt, entweder auf Facebook oder auf YouTube. Wenn du auf beide Plattformen gleichzeitig oder auf andere Plattformen streamen möchtest, benötigst du dafür den Dienst eines Drittanbieters, zum Beispiel Restream.io. Darauf will ich hier aber gar nicht eingehen, sondern dir zeigen, wie du nur mit Zoom auf Facebook oder YouTube streamst. Natürlich solltest du dafür schon auf deiner Zielplattform einen Kanal bzw. eine Seite oder eine Gruppe angelegt haben, auf die du streamen möchtest. Für unser Beispiel nehme ich meine Facebook-Seite Neumann Digital und meinen YouTube-Kanal Neumann Digital, auf dem du dieses Video wahrscheinlich gerade siehst. Wenn du diesen Teil geklärt hast, dann geht es zunächst einmal in die Einstellungen auf der Webseite von Zoom. Die findest du immer unter Zoom-OS-Profile-Setting und in Meeting erweitert siehst du dann die Einträge zu Livestreaming von Meetings zulassen. Hier aktivierst du einfach zunächst den blauen Schieber und dann alle Checkboxen hier, insbesondere natürlich Facebook und YouTube. Mit benutzerdefiniertem Livestream-Service kannst du die Funktion für Drittanbieter nutzen, die ich schon erwähnt habe. Und das war es hier auch schon in den Einstellungen. Jetzt hüpfe ich in ein Zoom-Meeting und zeige dir, wie du das Livestreaming aktivierst. So, hier bin ich wieder in meinem natürlichen Habitat, sozusagen in meinem Zoom-Meeting und um jetzt einen Livestream zu starten, klicke ich zunächst auf mehr und da ich das in den Einstellungen eben freigegeben habe, bekomme ich jetzt die Auswahl, vor allem zwischen Facebook und YouTube, was mich eben interessiert. Ich fange mal oben an und klicke auf live auf Facebook und wir schauen uns mal an, was passiert. Wenn du das zum ersten Mal machst, wird es so sein, dass dich Facebook zunächst um Erlaubnis bittet, Daten auszutauschen zwischen Zoom und Facebook, damit überhaupt diese ganze Funktion möglich ist mit dem Livestream. Ich habe das jetzt hier schon gemacht und ich möchte gerne auf meine Neumann Digital Seite streamen. Ja, Beschreibung ändere ich jetzt mal nicht, aber das ist ja wie bei jedem normalen Zoom-Meeting auch. Man kann ihm einen Titel geben und eine Beschreibung. Ich muss jetzt eben, wie gesagt, nur das Ziel festlegen. Seite Neumann digital und wenn ich jetzt auf aktivieren klicke, dann sollte das Ganze eigentlich starten. Ja, es kommt dieser Zwischenscreen mit Vorbereitung auf den Livestream des Meetings. Ich bekomme jetzt hier die Meldung. Okay, das Meeting wird per Livestream übertragen. Auch nochmal für mich als Hinweis. Hallo, falls jetzt gerade jemand zusieht und ich kann mir das Ganze natürlich auch auf Facebook direkt ansehen. So, jetzt sieht man mich hier. Wenn ich jetzt mal die Hand hebe, dann dauert das eine Weile, bis der David auf Facebook das auch macht. Selbes gilt übrigens auch gleich für YouTube. Man sagt, so die Zeitverzögerung liegt bei ungefähr 20 Sekunden und ja, damit muss man eben rechnen. Jetzt hebe ich hier die Hand. Also, das ist schon ein ganz ordentlicher Zeitversatz. Heißt auch, die Zuschauer, die einem Livestream teilnehmen bei euch, die werden das mit einigem Zeitversatz ersehen, was ihr sagt. Und das macht es natürlich sowieso ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Aber bei dem Livestream geht es ja auch eher um was unidirektionales. Ihr präsentiert etwas und möchtet einfach den Kreis der Zuschauer damit erweitern. Und das ist nicht so sehr für die Interaktion zwischen den beiden Parteien. So, das war Facebook und ja, jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie sieht das Ganze bei YouTube aus? Auch hier klicke ich auf mehr und auf live auf YouTube. Und der Ablauf ist hier ganz ähnlich. Zunächst einmal werde ich gefragt, okay, mit welchem Konto möchte ich mich denn anmelden? Mit welchem Google Konto ist natürlich hier gemeint. Nachdem ich mich jetzt hier angemeldet habe, muss ich noch auswählen, welchen Kanal ich bespielen will. Das wäre dann bei mir eben Neumann Digitales Marketing. Und schon sieht man, es geht in einen sehr ähnlichen Bildschirm wie eben. Du siehst hier auch, du hast wie bei anderen YouTube-Videos übrigens auch die Möglichkeit, deinen Livestream öffentlich zu machen. Nicht gelistet, das heißt, es gibt die Möglichkeit, ihn zu sehen, aber nur wenn man den genauen Link dazu kennt oder eben privat, dann ist das jetzt erstmal nur für dich beziehungsweise andere Personen, denen du eine spezielle Berechtigung zukommen lässt. Mach ich jetzt nicht, sondern klicke direkt auf aktivieren und wir schauen, was passiert. So, jetzt sieht man hier mich auch schon fröhlich reden auf YouTube und ich sehe, okay, ich schaue gerade zu und es ist mein aktiver Livestream hier. Das ist also schon der ganze Trick hier. Einmal auf Livestream mit YouTube klicken, kurz festlegen, mit welchem Konto man streamen möchte und wer das sehen soll, also öffentlich, privat oder nicht gelistet. Ja, und so einfach kannst du dann auch deine Zoom-Meetings oder Zoom-Webinare draußen in die weite Welt hinaus streamen. Du siehst, es ist ziemlich einfach, mit Zoom nach Facebook oder YouTube zu streamen. Vielleicht interessierst du dich ja noch für weitere Zoom-Funktionen, dann schau dich einfach auf meinem YouTube-Kanal um oder klick das nebenstehende Video, damit es gleich weiter geht mit Zoom. Das war's für heute von mir. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Dein David von Neumann Digital.